Was bedeutet LCC für mich? Wenn ich mich persönlich in einem Wort beschreiben könnte, wäre es Kraft. Und dann kommt eine andere Sache, das ist das körperliche DNA. Das System, das man ein Teil von, man kann in der Zukunft bezeichnen, man kann in der Zukunft verbessern. Ein sicherer Hafen für das Unternehmen, weil ich im Prinzip viele Lösungen hier bekomme. Und eigentlich auch für meine internationale Arbeit immer ein sehr, sehr gutes Netzwerk bin. LCC ist magic. Big family, strong connection, Optimism, a smile all the time and having a big challenge for sure. Lufthansa City Center steht für mich für ein tolles Netzwerk von professionellen Branchenkennern. LCC stands for me as a big family. Which unite us, all people or companies with different backgrounds, I mean vision, culture, religion and then one umbrella which is LCC brand. Which is we are very proud of. Für eine tolle Atmosphäre, Austausch mit Kollegen, einfach im Klassenetzwerk. LCC is the heart and LCC is confidence. Gemeinsam Wege zu finden und diese Wege zu gehen und auch Ziele zu erreichen. Sharing the passion for the travel. LCC steht für mich für Kompetenz und Qualität, für Partnerschaft und bedeutet für mich freies, selbstständiges Unternehmertum als Teil einer großen Gruppe mit weltweiten Kollegen und Freunden. Das ist einfach einzigartig und toll. To be honest, you cannot describe LCC in one word. So I'm guessing for me it's mostly family and inspiration, innovation and confidence. Friends is the word that concentrates everything between us. We can create everything because we are friends. LCC is about you, me, us.